Willkommen zurück. Ich höre ein Skelett. Ich hoffe nicht hier. Wir brauchen immer noch ein paar Treppen. Da will ich mich mal als erstes drum kümmern. 42, das hätte doch jetzt hoffentlich reichen. Wir haben schon wieder so ein Zeug. Jetzt muss ich auch noch mal sortieren. Irgendwann. Das ist auch alles englisch offscreen-Arbeit. Ich brauche Schilder, was sich erstmal nicht nach viel anhört, aber extrem zeitaufwendig alles ist. Und ich will es jetzt nicht ins SP stecken, weil, wie gesagt, Folge 1000 ist eigentlich für mich Schicht im Schacht mit der Stoffe, weil ich auch irgendwann hier mal fertig werden will. Für mich zum nächsten Mal. also so wie es aussieht mit diesmal sogar ein paar übrig das wird man ja wie immer frei lassen theoretisch man lustig ist könnte man auch hier noch eine treppe hoch waren aber brauchen nicht so vor allen dingen wenn man lustig ist witzig so was ich mir jetzt gerade noch überlegt habe ein kleiner einfall ich muss mal gucken ob das passt nicht aber vielleicht die seite wird durch ordentlich hin holen wir wissen dass da irgendwo hinten noch in vorne ist aber das wäre tomat stand der brücke überzubauen das ding ist auch nicht fertig nicht mehr ansatzweise ich weiß auch nicht was ich damit noch machen sie da könnte sie würde sich ein rotes dach vielleicht jetzt noch anbieten zum glück ist es jetzt möglich mit der maschine aus den blöcken auch jeweils eine treppe herzustellen dann ist es nicht mehr ganz zu kosten intensiv so zum zuckerhauer wollte ich stimmt nicht vergessen jetzt renne ich aber kurz noch mal zum anderen turm um zu gucken und weil da noch treppen brauchen oder waren wir hier soweit du ich könnte sein dass wir den von den treppen und aufgang sogar fertig gemacht hatten das sieht gut aus ok passt genau das brauche ich wieder ab glaube ich zumindest vielleicht mache ich sogar den treppenaufgang aus roten dingen aber ich glaube das würde ich dann auch auf screen alles erledigen schon wieder dunkel ist ich muss schlafen ohne den bogen ist es ein bisschen nervig gegen die phantome ich überleg mal richtig boh mir noch eine schippe vor sie zwei wochen wir sind für sie brauchen aber ich habe habe ich so zuckerrohr und dann gehen wir noch mal zu den neuen pilz kellern die aufgänge machen na verdammt viel ist ja nicht mehr rum gekommen jetzt jetzt in jetzt hier jetzt 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 theoretisch könnte ich vielleicht gleich noch ein paar den dingern mitnehmen das ist ein neues abgeräusch oder ein bisschen eklig so zack 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 das wärm ziegel ich bin ja doof geht nicht auf jetzt geht es auf und schon ein slot erstmal wieder frei ok da finden wir haben jetzt treppen dabei das ist sehr gut dann kann ich auch noch mal was umsetzen würde ich schon die ganze zeit machen machen wollte und immer wieder nicht machen konnte ich würde gern die treppen ansitzen ich glaube das sieht doch besser aus da ganze blöcke hinsitzen so ok dann hier im prinzip der bleiche so und dann packen wir das ein bisschen besser hier so ok naja und hätte ich wieder angefangen das auszubessern machen wir jetzt einen schlussstrich noch das bräuchte nur ein granitblock und passt das wieder haben wir hier an auf der seite so okay wir müssen was in die truhe packen das geht sonst nicht so 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 ok jetzt legen wir ab ähm es gibt eh ne schwert so 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 Da findet man die Zappel... ...irgends kann es nicht sein. Ach so, die ist ein bisschen falsch. Okay, gut, dann haben wir die Seite schon mal zumindest. So, das ist ein bisschen falsch. Untertitelung des ZDF, 2020 Ich glaube, die werden nicht reichen. Untertitelung des ZDF, 2020 Okay, machen wir erstmal ein Folgen, wo es eine Spitz bedanke mich. Bistini... 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 Bistini...